Wo bleibt mein Rest? An drucken. Ich kotze gleich, wo seid ihr? Wo hängt ihr schon wieder fest? What the fuck war das jetzt für ein Schaden? Hä, sag bloß die Karawane. Du bist gut, Dahlia? Ich hoffe, du wirst nicht allein in den Südnflüssen gehen. Ich bin gut, mein Liebster. Jetzt weiß ich, welche riesige Kreaturen die Menschen sind. Alles, was sie überdenken, ist Gold. Es geht mir gut, mein Liebster. Nun weiß ich, was die Menschen für wundervolle Kreaturen sind. Sie denken nichts anderes als an Gold. Schließt euch an, wer der Zauberin, und wir werden diese wertlose Rasse vernichten. Der Weg der Gewalt ist nichts für mich. Ich will nur wieder zurück in meine Wälder gehen. Ich hoffe, der Krieg wird bald vorbei und wir werden wieder wieder zusammen sein, Aaron. Der Weg der Gewalt ist nichts für mich. Ich möchte einfach nur in den Wald zurück. Hoffentlich ist der Krieg weit vorüber und wir können wieder zusammen sein, Aaron. Bevor du es weißt, wir werden schon bald wieder Hand in Hand am Wasserfall entlang gehen. Okay. Oh, Mann. At last. War schön, dass ihr auch endlich mal ankommt. Ah. Why have you called me? Imperial Guards are approaching your tower. Somebody betrayed you. My soldiers are still too far away. I need your help, our Graal Clan chief. You can rely on me, Chosen One. We will defend your tower. Okay, Espresso. If we hold it till midnight, my army will arrive. I agree with you. I don't agree. Der Algraal Clan Häuptling darf nicht sterben. I don't agree. Ich frage mich ernsthaft trotzdem noch, wo diese Skelette ständig herkommen. Und dann auch noch ständig mit Gold beladen. Are we going to raid this village? Das auf dich. Lass auf dich. Wo ist der Clan Häuptling? Ach, der ist da unten. Die erste Einheit. We are under attack. My troops are under attack. Ready to kill. You think that's mad? We are under attack. Blood! Wie gesagt, kommen die Untoten von nebenan? Also von jenseits der Map irgendwie? Hm. Hm. What? Pillage. Cut. Das wäre mir aber jetzt lieb und teuer, wenn meine eigene Armee auch endlich mal hierher ankommen würde. Me. Du denkst, du denkst, das ist schlecht? Ah, Mann. Us? Blood! Yes. Na, also, das sind wenigstens die ersten Kriegsherren. Was? I'm going. Jetzt spurtet endlich mal. I'm going. I'm going. I don't agree. Seht ihr, dass ich ziele? Als ob ich die Shift-Taste gedrückt halten würde. Oh, Allschütz will was von mir. Gut, die können was... Das können wir gerne dann machen, sobald wir hier fertig sind. Ich weiß nur nicht, wann noch mein Angriff kommt. Oder ob die Gegner jetzt einfach festhängen. Ne, da kommen nochmal welche. Da sind alle Truppen von denen verlangsamt. Wie praktisch. Ach du meine Güte, da kommt ja viel, viel mehr. Okay. 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 Äh... Was war der letzte Save? Der letzte Save war mein Quicksale, bevor ich Dahlia gerettet habe. Oder war das nachdem ich... Oh. Was ist mit dem Quicksale? Selbst der Quicksale ist am Arsch. Okay. Okay. Ganz ehrlich, ich bewege euch schon mal dahin, dann können wir nämlich gleich die Leute da moschen. Archere ist unsere Calle. Wenn will you calm down? Wenn will you calm down? Oh. 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 Ich muss sagen, das nervt mich jetzt gerade gewaltig. Also alles, was seit dem Zeitpunkt passiert ist, dass wir den Turm gebaut haben, nervt mich gerade richtig, richtig. Die Truppenverluste, die ich hier nehmen musste, das Wegfindungsscheiß und dass die Mission gescheitert ist wegen dem blöden Kriegshäuptling da. Und dass die Städte... Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Gut, 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 gut! Gut, gut, gut! Well,bed discovering die Häuseriland noch. Also da должна er ein sehr geregelt von dem Tisch. Gut, gut! Peki jetzt? ok leute wir müssen hier einen cut machen weil alles alles selbst nach dem auto safe sind am arsch inklusive des autos selbst ok können wir löschen können wir löschen können wir löschen das heißt alles was wir jetzt gemacht haben war für die katz okay das heißt ich werde jetzt hier einen cut machen und heulen gehen und dann sehen wir uns wieder sobald ich alles nachgeholt habe was wir jetzt in der einen stunde um 15 minuten gemacht haben und dann sehen wir weiter bis gleich